Herzlich willkommen in Rost. Rost ist ein Reisewert, weil wir unseren Gästen neben dem Europapark noch viele interessante Angebote für alle Altersgruppen bieten. Rost, ein ehemaliges Fischer- und Bauerndorf, liegt im Rheintal zwischen Elsass, Rhein und Schwarzwald bei Freiburg. Der weitbekannte Europapark, beeindruckende historische Gebäude, lebendige Traditionen und herzliche Menschen prägen das dörfliche Leben. Ich fühle mich wohl hier in Rost. Da lässt sich's gut leben. Hier fühlt man sich zu Hause. Ruhe und Spaß verbinden sich in Harmonie. In Rost ist es einfach gemütlicher und schöner. Wenn Sie als Gast einen unvergesslichen und atemberaubenden Urlaub in Rost verbringen möchten, dann sind Sie bei uns in unserer Gemeinde genau richtig. Wir Ruster sind sehr gastfreundlich und die Gäste fühlen sich wohl bei uns. Mit der Ruster-Gästekarte, die Sie bei Ihrer Anreise in Ihrer Unterkunft erhalten, haben Sie die Möglichkeit, die Region rund um Rost kennenzulernen. Also Rost liegt total zentral. Rucki-Zucki bin ich im Elsass, in Freiburg und sogar im Schwarzwald. Die touristischen Angebote sind vielfältig, egal ob Sie während Ihres Aufenthaltes sportlich aktiv sein oder die stillen Momente und Erholung genießen möchten. Die Landschaft in und um Rost bietet zahlreiche Möglichkeiten, seine Freizeit nach eigenem Geschmack zu gestalten. Musik Musik Auch kulturelle und traditionelle Feste während des ganzen Jahres lohnen einen Besuch. Hier werden die Gäste ihren Spaß haben, aber auch lebendige Traditionen erleben. Mehr Partner sind auch für unsere gute Küche bekannt. Neben Brägele, Leberle oder Sauerbraten finden die Gäste auch kulinarische Köstlichkeiten aus dem nahegelegenen Frankreich. Die besondere Lage von Rost im Dreiländereck von Deutschland, Frankreich und der Schweiz machen es besonders interessant, in Rost Urlaub zu verbringen. Musik 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 Musik